so dann machen wir hier mal ganz spritzig weiter so keule machen wir so das hätten wir schnell anziehen und los geht's folge den weniger spuren sauber fackeln mal die scheiße ab sehr schön dieser scheiß tiger bin ich einmal gespannt wo uns das hinführt runterklettern party so weit haben wir hier nehmen wir mit und weiter geht das normal holz nehmen wir natürlich auch mit so weit haben wir hier wölfe sehr schön naja ist nicht schön weil die haben ja kaum offen scheiße wenn du eine brennende keule hältst benutze um sie zu schwingen und raubtiere zu feiern ok wir nehmen ja alle mit waschen na komm her verpöss dich alter drexfücher drexfücher komm her oh scheiße ich brenne fuck 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 ist ja geil fass abgefackelt alter die scheiße drexfücher noch das hört sich aber nicht an alles mitnehmen wir alles mit blut lagerfeuer ich denke mal wir müssen darunter hier komm das hört sich aus scheiße entzünde waffen im waffenrad in dem du gedrückt hältst und drückst dafür brauchst du tier fett keine sache keine sache tasche fast voll blablabla m das hört sich alles nicht gut an oh geil sieht immer cool aus brennen alter brennen schön schöne wand gemälde hier sehr geil wir gehen hier mal hoch sehr schön brenn du mal schön hier ist denn das in jedem spiel gibt es ratten ey mann 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 boah ganz schön eng hier das muss man ja mal sagen brennen kreis 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 das kreis übert kreis 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 sehr schön warum auch nicht oh scheiße da haben wir keine chance sehr geil checkpoint lecker schmecker ach du du scheiße alter du scheißdrecksvieh oh gott sagen wir da machen wir mal land von urus entdeckt wo all das große du bist ja nicht aus oder ich brauche gut um ohren Gehst du allein? Ich habe Unterschlupf. Essen. Komm. Komm. Ich komme noch schon. Aber dein Game ist mir egal. Das wird lustig. Auf jeden Fall. Muss sich auch lohnen für den Preis. Essen. Was sind denn für ein Fraß, ey? Den großen Sibyern. Heimat von Wenya. Ich bin Mouse. Von Wenya. Ich helfe. Grünblätter draußen bringe sie mir suche Grünblätter um Tigerwunde zu heilen du findest Grünblätter bei Fluss tiefe Wunde Alter da zieht schon echt geil aus neue Fähigkeiten freigeschaltet drücke K um das Fähigkeitsmenü zu öffnen ach du scheiße freigeschaltet freigeschaltet mhm take down ist natürlich geil ach gelernt hat er schon freigeschaltet heilen und sprint verbesserte Gesundheit machen wir das hier Beutetasche oh Alter kannst du ja sammeln bis zum Umfallen ey geil so kann ich fühlen cool Alter sieht der Tom aus sieht brutal geil aus ach was haben wir denn da eine Ziege boah ist der Hammer ey ist der Hammer ey fuck was Flusssteiner Ort entdeckt cool das ist der Hammer oh das ist der Hammer Fleischfresser. Ach du Scheiße. Guck'n her, Alter. Guck'n Kopfschuss, Alter. Schnell sammeln und dann sich verpissen. Oh, was ist das? Was war denn das, Alter? Rotund. Shit. Den werden wir schön umnehmen. Bumm, Alter. Bumm, Alter. Bumm, Alter. Alter, was macht ihr denn hier? Alter. Lecker, lecker. Oh, Mann, ey. Ja, dann nehmen wir mal schön spritzig zurück. Oh, ich brauche Holz, Alter. Holz ist ganz wichtig. Wollte kurz sagen, Alter, denn hier fällt schon. Ach du Scheiße. Nein. Fuck, Alter. Verpiss dich, Alter. Komm, zeig dich. Headshot. Kleiner Freak, Alter. Ich werde irgendwie gewusst, dass er weggekommen, ey. So, dann haben wir das auch erledigt. Bitteschön. Bitteschön. Heute lauter Schrei. Du hören. Schreier. Was war denn das? Drück tief in Wunder. Oh, Stock in Wunder. Oh, Stock in Wunder. Oh, Stock in Wunder. Kein Problem. Ich gehe Urus ansehen. Wölfe, Bären, Udam. Mach ich, mach ich. Tiefe wurden abgeschlossen. Dann machen wir auf jeden Fall in den nächsten Spitzigen Runde weiter, also haut da rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann.